Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo. Wir sind wieder zurück in Pathfinder Kingmaker. Auf Switch schaut mir noch immer keiner zu. Finde ich gut. Ich kann auch nicht einmal posten. Wir haben das Haus der Hexe gefunden. Es ist eine Glocke dran. Let's see if there is any enchantment on this gate. The gate and the bell bear a simple enchantment that alerts the caster. Presumably the owner of the house. Na, schauen wir mal was die Scarecrow sagt. The Scarecrow are a strong, almost like a lightning flash to your senses. It is not a bundle of sticks and rags. It is a dangerous war to protect the home from trespassers. We could of course ring the bell. That would be a decent way. Let's see. That is a friend here, I am pretty sure. What an everlasting damnation. After a few moments the door creaks open and an old woman with a tangle of grey hair, greenish skin steps out. Elf aber bist du us. Elf aber bist du us. Was? Her hair is a tangle of grey and her wrinkled skin is an unusual shade of green. Both her eyebrows and ears tapered to points. Who are you? I have got a question for you. How can I help you, good woman? Chaotic evil attack. I am just a harmless old woman, yeah, so showst du aus. Hoping for some peace and quiet, the old bell dame. They call me and that's fine. I've been called worse in my life. Why are you asking? What fools around brings you all the way out here? Das könnte ein Problem für dich werden, alte Frau. Wenn du mich fuhlenst. I've got a question for you. Just look at her. She's got a question. So what makes you think, I've had any answers for one such as you, scrabbling at my door like a beggar? Was? Ich hab geläutet. Have you done anything good for me recently? You've nothing for me and you're nothing to me. She takes the herb between her bony fingers, sniffs it, then gives you an approving nod. You've got a good eye. The herb is useful, but not by itself. Look here. She shows you three different herbs. This one's mudleaf. That there is gloomberry. And that, that's the dizzy head one. Guess what it does. If you can find three bundles of each, bring them to me. Well, now we're talking. Much better than poking around, where you don't belong, nattering on like a fool. Here, look. Here, look. She pulls a black, oddly wrinkled mushroom from a bag on her belt. It has an odd smell about it that makes your eyes tear up. This, 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 this is a black rattle cap. The spore pods inside, the best thing for the lungs. And the skin, me, I use them for tea. They are rare, though, but they grow thickest at the mud bowl, east of here. Get me at least ten. Yes, ten. Ten will talk. Okay, I guess, she says something, I think, something meaningful. Also, let's go on to this weird swamp thing. Do you come to me, what's your death? Oh my God, we did. Die Heroisms haben wir noch. Machen wir das auf sie. Ja, ja. Es gibt schlimmeres. Hm. Lass dich auf mich und du wirst du lassen, ja wie. Nein. Das war wiederum schnell. So. Hallo? Hallo? Ich schau mal auf die Karte. Ich schau mal auf die Karte. Hm. Da ist ja noch was. Hoch. Da ist ja noch was. Da ist ja noch was. Okay. Oh je. Nicht jetzt. Hey. Ein Ghoul. Ich schau mal auf die Karte. Ja. Das ist ja ganz toll. Ich spreche mal wieder ab. Na dann sprechen wir halt mit dem Ghoul auch noch. Ja. 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 Also. Ja. 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 Auf Sicherheit sagen wir haben alles erwischt was davon. Ich hätte dieses mal vorher abspeichern sollen. Wollen wir die anderen auch noch probieren? Achso, doch nicht. So brauche ich gut gemacht. So, da geht es wieder raus. Okay, war das produktiv? Nö, eigentlich nicht. Definitiv nicht produktiv. Hey, gloomberries. Swamp reeks of algae in stale water. Oh. Ich zeig mir weiter weg. Was ist das? Giant slugs. 102 hit points. Gar nicht einmal so schlimm. 18 damage reduction. Accepting slashing and piercing. Okay, das ist einfacher. Minus 4 initiative. Level 12 vermin. AC 18 ist relativ einfach zu treffen. Sind Acid Viecher. Können sie nicht mit Mind effecting umbringen. Na gut. Dann. 4 aufgewandelt. 5,4 aufgewandelt. 5,4 aufgewandelt. 5,5 aufgewandelt. Patience. Das ist mind effecting. Na undokumen. 5,5 aufgewandelt. Ja, ich habe gerne ein Verhältnis auf das Vieh. Genau. Rein theoretisch ja, aber zuerst machen wir. Oh, da ist ja noch einer. 30 Schaden bist du irre, armer Hund. 57 Schaden habe ich abgespeichert davor. Das wäre klug gewesen. Du solltest vielleicht tatsächlich dieses Mal die andere Waffe nehmen. Das macht zwar, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden, aber gegen Assets sind sie, glaube ich, immun. Das erste haben wir schon gekillt. Oh Mann, haben wir die zwei wirklich Schaden gekriegt oder gemacht? Oh Mann. Oh Mann. Na bitte. Alles gut geworden am Schluss noch. Hm. Wie viele Punkte haben dieses Lachs gebracht? 90, naja, auch nicht schlecht. Oh, so ein Ding. Das ist cool. Wirklichkeit sollten wir alles aufheben, weil wir nie wissen können, wo solche Zusatzteile sind. Hihi. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Oh, da ist noch etwas. Haft, da sind die letzten. Und noch das dritte Kraut. Ja, und schon bin ich wieder müde, sieht's ja. Gehen wir hier raus. Hm, langsam nähert sich das Eichhorn. Diese Gruppe generell ist nicht besonders gut. Wir haben nur den Harry drinnen, weil er irgendwas finden wollte. Und weil wir ihn halt dabei haben wollen, wenn wir dieses Zwergendings finden. Das ist, was ich wollt bei uns füllen. Er soll sich immer wohl bei uns füllen. Füllen, füllen. Das ist die Roda Claire. Draw Clearing. Monster Dam. Fafenmattbau. Das ist da, wo sie es hinschickt. Jetzt müssen wir das zuerst machen. Vielleicht fast, hm. Ein Secluded Lodge. Hm, klapp mal rein. Wenn es Secluded ist, wird es ja nicht so schlimm sein. Okay, jetzt raus. A Sturdy Tower-Faced Dwarf Stands before you, hands on her hips. Despite the wrinkles on her face, she looks more than capable of handing herself. She eyes you up and down. First time here, is it? House rules are simple. Don't trouble the other guests. Clean up your own mess. And don't cross me. Or the sky will be your roof. Name's Dumra. But don't call me if you need anything. Guests attend to themselves. You can't just see for yourself. Dumra grumbles a place where people can rest after the hunt. Enjoy a tanker or two and fill their gullet. The nearest tavern is far, you know. Heiccup, who is in the steuerlern, heben hier many years now. I know the whole neighborhood, flatlands and the swamps. This is not an inn. Dumra looks around the room. Schölder, 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 Visorloos. It's my home. I hunt for a living and let other fellow hunters spend their night here. If they find themselves too far from a tract. Okay. What does the main hunters pray in these parts? On the flatlands, they go for fox and deer. Birds in the swamp. There's always a chance of running into something more dangerous, of course. I'd like to see your wares. I'd like to spend the night here. Oh, that's what we can do. Oh, that's what we can do. Oh, we can't buy anything. Oh, camping supplies. Oh, camping supplies. Oh, actually, I'd like to spend the night here. 29, so. 12. Und, wir haben nicht allzu viel Zeug. Weil wir recht wenig. Das ist eine magische hier. Das Gn-A-Plus-1. Halt uns doch gerade. Wie soll ich da noch einen Ring of Protection plus 1? Wie soll ich den nicht eingezogen? Weiß ich nicht. Ähm. Da nichts verkaufen. Da auch nichts verkaufen. Da auch viel verkaufen. Nein, das ist nicht. Da auch vielleicht noch zum Essen kochen. Ich wollte die Verkaufquelsen außerhalb des Spiels machen. Ich wollte das nicht verkaufen. Ich wollte das nicht verkaufen weil die Verkaufquelsen außerhalb des Spiels machen. Das ist ja nicht schlafen, wir werden testen, machen wir den Kauf noch, vielleicht werden 8 Uhr noch bei ihr und dann... So, was holen wir jetzt noch mal, dann holen wir die Regen... 7 Gold Pieces, P for the room, Diplom C 23, wir haben 11, das heißt wir brauchten 12. 7 Gold Pieces, glaube ich, können wir uns leisten, das bringt uns jetzt nicht um. Oh, ist egal, ich bin gar nicht mehr total unfähig. Hey, wir sind alle geheilt und Lindsay ist nicht mehr verwundert, finde ich gut. Okay... Boah, bin ich schön müde jetzt. Okay, aber gleich weiter zu diesem Swamp-Ding. Ich will mich fast sagen, machen wir heute im Buch. Echtes Skullbrook. Okay, wir haben die Mat-Pau, wir fuhren. Okay, wir haben die Mat-Pau, wir fuhren. Okay, wir haben die Mat-Pau. Ich brauche nicht mehr intensive, wir haben die Mat-Pau-Pau. Wir haben die Mat-Pau-Pau, wir haben die Mat-Pau-Pau. Und dann, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Ich habe einen Wahn und bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Ich kann natürlich auch noch nicht mehr, bis dahin. Das ist gut, bis dahin. Na gut, schauen wir mal. Da haben wir ja schon nicht jasen. Ups, was ist das? Okay. Okay. Fortitude saving throw. So, ein Level 14 Plan, 19 Perception, 10 Stealth. Ah, 540 XP. Schau was an. Das ist mal mehr XP. Aber viel mehr wissen wir nicht drüber. 34 Decks ist nicht schlecht. Schau. 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 Und das... Okay. So, das war jetzt das fünfte... Wir müssen bestimmt nicht mit dem Pflanzenviech kämpfen. Jetzt haben wir zu viele XP's. Hallo? Ach... Das dauert so. Dann haben wir abgespeichert. Wahrscheinlich des irgendwelchen Osi-Tickpick. Das dauert so. Das dauert so. Das dauert so. Das dauert so. So, sing doch mal kurz. Was ist das? Was ist das? Soundflust. Möge! 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 Ach, eigentlich. So, was noch? Wird sowas da hoch? Warte mal, ich kann da jemand... Wird sowas bitte das? Au! Hast du off? Valerie? Oh, Paradised! Das erkennt natürlich einiges... Könntest du es bitte angreifen einfach? Ja... Oh, warte mal... Warte mal... So, warum machst du eigentlich nichts? Weil du naseated bist, nehme ich mal an, deswegen... Warte mal! Warte mal! Das bringt uns rum! Ich hasse es! Wo ist das tot? Gut! Memo an mich! Wir müssen uns besser verstecken! Danke jetzt! Danke jetzt! Ich möchte nicht vergehen! Wer hat den besten Stealth-Wert? Ich werde das versuchen... Wo sind unsere Punkte? Hier oder? Stealth plus 5... Okay, sie wollen nicht schauen... Das hat minus 9... Null! Ah, plus 15. Kommt da, ja, ist gut, und steh auf. Das heißt... Kommt da, ja. Kommt da, ja, ist gut, und steh auf, ja, ist gut, und steh auf, ja, ist gut, und steh auf. 4... 6... 6... 7... 8... ... ... ... ... ... ... ... ... So, schauen wir mal nach 10. Ja, genau so viele Sorten in der Hohen. Okay. Ja, geschafft. Ja. 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 Ich mache doch bitte diese Sachen. Lindsay! Was ist das nochmal schnell? Soundburst. Das hast du gut gemacht Hiram. Und Gecht nochmal. Okay. Ah, was das du machen könntest. Du könntest ihn ein bisschen abbrennen. Keine Tümer brauchen ist. Oh wow. Was machst du, du dummes Ding? Yep. Bist du wahnsinnig. Dieser random encounter ist ziemlich brutal. So. So. Sag mal geht es das auf dem. Ich mache immer fast die Hälfte der Lebenspunkte. Wow. Es hat alles gekillt. Okay. Herrschaften. Ich glaube. Wir hören auf für heute. Ich mag ihn nicht mehr. Oder soll ich... Nein, ich lade nochmal das gehen. Ich lade hier. Wir müssen direkt nach dem Campen sein. Ich glaube jedes Mal mit mir eine Rast machen. Macht er mit dem Autosave. Nachher oder vorher. Aber ich glaube eher nachher. Jep. Schaut gut aus. Danke Random Encounter, dass du mich nicht nochmal erwischt hast. Ups. Offensichtlich müssen wir den machen. Aber wir sind schon in einer anderen Gegend. Das heißt die Random Encounters müssen insgesamt schwächer sein. Weil das hängt nämlich auch von den Gegenden ab, wo du bist, wie stark die Random Encounters sind. Und die, die nicht ohne... die unausrechtlich sind, sind oftmals gar keine Kämpfe. Ja. Die Pfeiler. Uh. You should have listened to us back then. Ah, ja. Ups. Giant Frogs. Dicht jetzt. Ich habe mir die Kette noch gar nicht angeschaut. Was hätte ich vielleicht tun sollen. Huch. Da sind ja noch mehr. Ups. Hier komm. Bitte zaubert mal das auf dich. Komm Miri. Geh doch bitte mal in diese Richtung. Mach das. Tu. Mach doch mal bitte das. Und. Mach das ganz einfach. Und zu. Penso... Hmaha das ist halt nicht so. Ch. Mach die so du machst das bitte auf ups poisonous scrambling mount okay ich glaube das ich glaube das Die sind aber nachtragend, nur weil ich eine Kettektaue habe. Was im Clown ist sowieso ein falsches Wort. Wir machen aber ein Safe Game. Ich denke wir das geschafft haben. Nein. Sorry. Ich wollte mir anschauen, was für ein Kettel das ist. Wieso? Habe ich diese Kette nicht mehr. Hauptsache ich habe es genommen. Dann habe ich sie erst gar nicht. Wie ist dieses Ding hier? Ich glaube nicht. Kommt noch wieder raus irgendwo. Okay. Wir können die Kettel immer noch auseinander nehmen. Andererseits. Ich glaube, wir wären rausgegangen. Wir hätten uns zu Besuch gefragt, um das ganze Zeug nehmen wollen. Was noch da liegt. Gefunden. Den Ausgang. Oh Gott. Hey. Keine weiter. Ja, ja. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht zu oft. Und dass sie mit irgendwelchen Sachen auf uns los hauen. Andererseits bringt es uns auch XP. So gesehen war es vielleicht nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich auch raus, wenn man... Ähm. Diesen komischen Dings besiegen am Schluss. Oh. Das ist so blöd, wenn man da irgendwo rauskommt. Nicht dort, wo er hin will. Weil der euch gegen wo er reinkommen kann, ist es immer der, der weiter weg ist. Bläh. Schauen wir mal. Die sind nicht mehr lieblich. Ich bin nicht mehr lieblich. Mich ist nicht mehr lieblich. Geht einfach da rüber. Und in der Zwischenzeit warte ich. So, hier schreit's. Ich bin quasi fast fertig für heute. Wir haben hier A gefangen und enden hier. Juhu. Hey. Junge Dame. So. 300 XP nur dafür, dass wir diesen Pilz mitgebracht haben. Proportional im Vergleich zu einigen Dingen, die wir schon besiegt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir waren hier hier mal. Wir waren hier mal. Wir waren hier mal gut. Aber nicht so gut. Wir waren hier auf. Wir waren mit den Faden. Wir waren hier mit den Faden. Aber das war lange. Wir waren hier. Ja. Wir waren hier. 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 Gebraucht ist ein Scrolls. Scroll of Crushing Despair Ist das ein... Wizard oder... Dings... Priest Spell Wo steht das in diesen Sprüchen? Frage ich mich gerade. Keine einzigen Ringen mehr zum Verkaufen. Ach ja. Pfeift aus. Das braucht ja dann irgendwann. Viel hat sie mir jetzt nicht gesagt. Nur dass das Problem mit dem Baum zusammenhängt, den ich nicht bekämpfen würde, wenn man zu stark ist. Na gut. Soll sein. Okay. Herrschaften in dieser Stelle. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft und treibt was schönes. Ich hoffe, ihr... Schaut mir das nächste Mal wieder zu. Bis dann. Tschüss. Blablabla. So. Jetzt drehen wir auch den... Dings auf. Den... Livestream. Haha. Weg. Löft? Tut es stritt. Tschüss. Wir haben... Schrauben auf. Schrauben auf! ... STICK! Pau... Pau! Vielen Dank.